Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und wir treffen uns hier wieder zusammen, um ein Turnier zu starten. Und natürlich ein Online-Turnier, wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Ja, ja, einverstanden? Die letzten Male liefen nicht so gut, der Tag war sowieso nicht so produktiv bei mir. Und ja. Und wir spielen seit neuestem Mal mit Bowser. Irgendwie war ich mit dem sehr gut gegen meinen Arbeitskollegen. Wir suchen mal den nächsten Gegner. Schauen wir mal, was passiert. Siege 8, Niederlagen 7, das ist natürlich mies. Ninja, Jojo, Waluichi. Okay. Schauen wir mal, wie weit man kommt. Ninja, Jojo, hat toll Aufschlag. Gleiches Anfangsproblem wie immer. Na gut, so kriegt er vielleicht einen falschen Eindruck von mir. Oh, der macht Stopp, Baby. Habe ich selten bei jemandem mitbekommen. Oh. Ich muss mich wohl erst mal warm spielen. Noch ist nichts entschieden. Ja. Ich muss mich wohl erst mal machen. Geht doch. Juhu. Nur meine, die ihn sonst nicht mehr gekriegt hätte. Ja. 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 Oh, Körpertreffer, das gibt's noch nicht mehr. Boza machts. Oh, was ist denn jetzt los? Okay, Ninja Yiyo ist wieder dran. Ich würde sagen, er hat Internetprobleme. Nein, ich bin doch gerade beim Gewinnen. Und so möchte ich eigentlich nicht gewinnen. Na gut. Dann mal ab zum nächsten Gegner. Wir haben gewonnen, 1-1. Weil er Internetprobleme hatte. Na gut, okay. Okay, wir nehmen den nächsten Gegner. Genau wie bei Pokémon Technik X machen wir jetzt mal etwas länger. Vielleicht auch so, bis zu drei Kämpfe oder so. Da wird man ein bisschen was zu gucken hat. Na, lässt sich keiner finden. Nur wo da LPL mit Peach. Na, dann wollen wir mal. Außer gegen Peach. Normalerweise nehme ich die Peach ja dadurch jemand zur Ecke fangen. Oh, das ist ein bisschen schwer. Oh, mein Gott. Ja! 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 huch na den hätte ich doch noch kriegen müssen was soll der Mist? zu lange aufgeladen scheiße das könnte spannend werden jawoll jawoll außer freunds und renn die Todes um ja ja 1-0 anstrengend aber gut ja 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 ach komm schon hätte er doch kriegen müssen vorhin in die verkehrte Richtung gelupft ich Fehler? achso ich verstehe ich mach dich platt ja ja ein Stand oder auch Gleichstand anders gesagt ja 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 ich kann gewinnen wieso es war ein Fehler der hat den vorderen Bereich getroffen da war er anfang nicht war doch vorhin auch ein Fehler hm ja da fortal wieder zurück holt jetzt aber hier zweites match in dem turnier gewonnen wundelbar wo der schon über 2000 punkte waren sind und ich habe gewonnen das ist wirklich besser als russer lieder anschein das freut mich okay wir sind ja jetzt schon über zehn minuten dann mache ich am besten immer nur so zwei matches in einer aufnahme weil manchmal kann die aufnahmen hier ganz schön lang dauern ich hatte ja schon mal ein match hier hochgeladen das war wirklich nur eins und hat knapp 15 minuten gedauert das wird sonst zu lang okay dann habe ich gesagt beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt mal retten es ist im online-turnier mit von lühe youtube gameplays als hobby und wenn es euch gefallen hat ihr für gerne einen daumen nach oben da lassen und ein abo wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und dann sehen wir uns das nächste mal wieder auf wiedersehen und tschüss